Hallo und herzlich willkommen zurück zu Der Herr der Ringer, Der Krieg im Norden. Ja, letzte Folge habe ich bemerkt, ich kann hier nichts mehr tun, denn ich muss erstmal Nordenbad helfen. Ich wollte eigentlich erst die Neemission abschließen und dann mit den Leuten hier quatschen, aber dann habe ich mir gedacht, ich quatsche erstmal mit den Adlern und dann mache ich die Neemission nicht abschließen kann. Und ja, wir müssen wohl Nordenbad doch wirklich mal schnell helfen. Ich meine, die waren so in Betrölle, wir mussten ja erstmal von, ne, wir mussten ja erstmal von dem Ugo's Unterschlupf nach Bruchteil reisen und dann zum Nordenbad zu reisen. Äh, anders hätten wir das gar nicht, das hätte ich hinbekommen. Die waren ja so dringend in Not. Erstmal schon dringend. Sie sammeln sich für einen erneuten Angriff. Ich glaube nicht, dass wir noch einen abwehren können. Ich auch. Hast du das gehört, Voni? Bin ich verrückt geworden, oder? Nein, da! Sie sind es beim Donner! Unsere Adler rechnen Freunde! Sie sind zurückgekommen! Siehst du, Voni? Sie... Mächtig froh bin ich euch zu sehen! Aber es könnte schon zu spät sein! Ich habe nur noch eine Handvoll Leute, die noch kämpfen können! Die sind auch noch zu dritt! Ich denke, das ist drei gegen hundert! Aber ich... Mein Tanz ist bei deinem Volk, Nordic! Geh! Jawohl! Viel Glück euch allen! Zurück! Zurück zu den oberen Kammern! Sieht euch zurück! Sie kommen! Ich habe gar keine Zeit, mich mit denen abzuarbeiten! Ich habe auch keine Lust, das zu tun! Jetzt lernst du die Kraft der Sterne ketschen! So viele Mutmukai hier wieder, ey! Ich meine, kommen jetzt noch nicht die Gegner auf. Wie schwer wäre das hier eh noch mal eine Stufe schwerer... Äh... ...Stufen schwerer! Haha! Ich weiß, die sind solide Gewaltricks, die ich habe, ne? Das Totemann-Freundchen! Viel kann ich nicht mehr anstecken! Oh, endlich einer tot! Oh Gott, ey! Das tut so... Das ist so notwendig, dass der gewünscht wird. Erstmal wieder beseitigt werden. So ein schwerer Schlag... Der ist hier noch full live, ey! Das ist ja... Ich bin bald am Ende! Halt euch recht gestoppt! Hilf ihnen! Ernsthaft, so schlecht ist der Typ? Du solltest weniger sorglos mit deinem Leben umgehen. Danke, mein Freund! Ich stehe in deiner Schuld! So schwer war das jetzt doch nicht! Einige der Goblins versuchen, das Haupttor zu durchbrechen! Ja, äh... Ja, äh... Ich glaube, der Schmaubtor, sag ich immer, ne? Hatte ich auch irgendwie vor, ne? Wären hier noch ein paar andere Leute, ne? Die mitmachen würden, ne? Das wäre so viel simpler! So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendeinen Fehler gemacht. Aber an sich, ne? Wieder mit der Armbrust hier reinballern. Oh, verdammte Mist! Da gab es zwei! Ja, wenn man das hier zu dritt spielt, ist das tausendmal einfacher. Aber auch tausendmal besser. Oh, eins! Jetzt gebe ich die Art mal gern. Nummer zwei! Ah, hier unten sind wir durch die Bogenschütze, ne? Hey, ich wollte das Geschütz verlassen, Mann! Hierher, zu mir, wenn ihr Heilung braucht! Oh, ich wirklich, danke! Alter, schön aufgeballert! Ach, natürlich jetzt erst, ne? Zurück zum inneren Tor! Wir müssen es halten! Oder Norlinbad fällt! Ist das euer Ernst? Soll ich neben mir? Mann, ey! Ist nicht gerade der intelligenteste Pose, die du da hast. Zerpöre auf der linken Seite! Die Ohrlochreie haben das äußere Tor durchbrauchen zu können! Solide! Hol' mal! Wie kommst du denn da hoch, Mann? Ja, verdammt, ey! Einer ist, der ist schon hochgekommen! Puh, anstrengender Fall! Bele-Rang! Bele-Rang! Sie schicken Trolls gegen das Tor! Kommt! Wir drängen sie zurück! Barantor, zum Tor! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Unser Freund wurde gerade abgeknallt. Lukai? Lukai? Ich brauche deine Hilfe! Jetzt schon den Arzt, weil, ne? Weshalb wir das so verhalten haben? Nicht genug Kraft! Deswegen nehme ich doch die Kraft, Tränke! Schluck sie, Mann! Bleib mal hier, mein Freundchen! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Alter! Ja, geil! Jetzt verkacke ich, oder was? Weil man... Ja, Mann, ey, was soll denn das Game? Die Trolle renne einfach durch und ich kann sie nicht aufhalten! Oh, ist das solide, ey! Scheiße! Das Ende der Tor ist sehr beschädigt! Hä? Geil, ich stuck erst mal fest! Jetzt ist das schon Troll dran! Also, ich checke, dass mich die Sprint einfach nur durch... Ich mache doch gar nicht so viel Schaden, dass ich die töten kann! Ja, das ist Game Over! Ey, ist das ein Bug, die sie spielt? Ey, ich checke das jetzt nicht, ob das ein Bug ist, weil ich die ja unmöglich töten kann, bevor wir das Ziel erreichen! Ich one-shottet die nämlich nicht! Wird nicht immer weggeschlossen... Ich werde immer weggeschmissen! Mann, jetzt haben wir eine gute Schade! Ja, jetzt macht er wieder so einen Sprintangriff, ey! So, erstmal geht's wieder! Ey, ich muss mich erstmal um was Wichtigeres kümmern! Ey, das ist doch nicht euer Ernst, Mann! Ich kann doch keine zwei Trolle töten plus alle Gegner! Mann, 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 Mann! Immerhin ist einer tot! Alter, ich hab's geschafft, die Trolle zu töten! Ich bin so krass, Mann! Das war näher am Tod, als ich sein möchte! Sie haben genug! Sie ziehen sich zurück! Tötet ihn und die anderen werden vielleicht ihren Mut verlieren! Oh nö, ich bin wieder ein Ork-Champion! Wachst du da etwa fest? Das find ich ja solide! Echt keine Kraft! Es ist echt schwer, dieses Spiel, ne? Auch mit solchen Bugs ist das Spiel echt geil, ey! Ey, ich werd gestaggert! Was ist denn das? Da wurde ich eiskalt gestaggert! Von den Pfeilen bis den Türen! Da wurde ich gestaggert! Da wurde ich gestaggert! Ist das solide! Boah, das wär echt filmlos! Hä? So, Glieder! Ich krieg gar keine XP mehr! Wirklich sehr schön! Es scheint hier begabt, zu Künstlern zu gehen! Das ist sicher! Nur in Gottes gerechnet, zu welchem Preis! Das war eigentlich der eiligste! Ich bin Belarame, ich bin Belarame! Ich bin Belarame, ich bin Belarame! Belarame! Es sagt euch nicht, dass er tot ist! Nein, er lebt. Aber er ist schwer verletzt. Kann er gerettet werden? Ich denke ja, aber seine Wunden sind tief. Er wird viel Zeit und ständige Pflege benötigen, wenn er sich erholen soll. Die wird er bekommen! Die beste, die wir bieten können! Das verspreche ich! Ich übernehme hier! Geh zu meinem Vater und erzähl ihm, was passiert ist! Er wird zwar geschicken, um Belarame zu helfen! Ach, ich liebe mich! Das ist wenigstens mal eine gute Nachricht! Er wurde im Kampf verwundet, ist aber noch auf den Beinen! Geht schnell hinein und sprecht mit ihm! Belagerungssprecher! Easy! Hm... Was ist denn mit den anderen Arten? Ist die jetzt tot? Ich hoffe nicht! Ich mag die! Alter, ich sehe die, die waren super! Gute Gefährten! Ach, erstmal wieder blündern! Ach, geil! Nochmal 800! Ach, endlich wieder brülsen! Dann gehen wir jetzt mal weiter nach diesem spannenden Kampf, den wir zweimal verkackt haben! Ne, dass ich auch alleine gegen zwei Trollekämpfe muss! Wenn man hier zu dritt gewesen wäre, das wäre so solide einfach! Was? Hm! Wir sollten Schaden erlernen! Ja, ich natürlich am wenigsten! Natürlich, wenn ich ja auch der Einzige bin, der dodged! Außerdem kann ich mich auch nicht heilen, das ist unfair! Am meisten Fahne gekillt! Zahl der Brüche? 21! Boss-Zugefügt Schaden! Hm! Der hat ein Pfeil abgeschossen, das ist gefühlt! Oder ein Schlaf im Schwert gemacht! Stürz und Kampfen! Null! Ein gewohntes Bargeld! Alter, das ist ein Tausend! Längste Trefferei 4! Gesamt zugefügter Schaden! Mhm! Gehen wir jetzt mal weiter! Wieder einmal stehen wir von Nordinbad tief in eurer Schuld! Ohne eure Hilfe hätten wir nicht ausgehalten! Der Feind ist besiegt, aber zu einem sehr hohen Preis! Belarim ist verletzt! Unser Freund Belarim ist schwer verletzt! Wir müssen ihm helfen! Ich habe meinen Leuten bereits befohlen, ihn in die Halle zu tragen! Er wird die beste Pflege erhalten, die wir bieten können! Denn es ist sicher, dass wir ihm unser Leben verdanken! Aber was ist mit Urgost? Ihr wollt euch um ihn kümmern! Habt ihr ihn gefunden? Ja, aber Agandar fand ihn zuerst! Er versprach dem Drachen Nordinbad! Aber wir boten ihm Agandars Festung! Karn Doom an! Karn Doom? Die alte Festung des Hexenkönigs von Angmar? Ja, wir hätten wissen müssen, dass Agandar diesen verfluchten Ort wieder besetzen würde! Wenn Urgost dieses düstere Loch unbedingt will, so soll er es haben! Aber vorher müssen wir uns um Agandar kümmern! Wie schlimm waren eure Verluste? Ich hatte den Gedanken daran, welchen Preis ihr dafür gezahlt habt, Nordinbad zu halten! Ja, viele gute Zwerge sind gefallen! Ich glaube nicht, dass wir in diesem Krieg noch einmal kämpfen werden! Außer in einer letzten Schlacht an den Ufern und Brücken von Asansaram selbst! Wir können nur hoffen, dass Agandar jetzt findet, dass der Preis dafür, Nordinbad einzunehmen, zu hoch ist! Was haben sie wiedergekommen? Was, wenn sie wiederkommen? Was werdet ihr tun, wenn sie nochmal angreifen? Dann wird ein jeder Zwerg dem Feind für sein Leben den höchsten Preis abverlangen! Und doch glaube ich nicht, dass sie wiederkommen werden! All ihre Kommandanten wurden getötet! All ihre Kommandanten? Aber was ist mit Agandar? Ist dir auch in der Schlacht gefallen? Es schien, als betrachte er Nordinbad als seiner persönlichen Beachtung nicht würdig! Wir sahen während der Schlacht keine Spur von ihm! Der Feigling! Feigling schickt andere, um seine Kämpfe für ihn auszutragen! Unser Freund Beeleram ist schwer verletzt! Wir müssen ihm helfen! Ich habe meinen Leuten bereits befohlen, ihn in die Halle zu tragen! Er wird die beste Pflege erhalten, die wir bieten können! Denn es ist sicher, dass wir ihm unser Leben haben! Das Gespräch hatten wir schon! Aber was ist mit Urgost, ihr Wunden? Ja, aber... Aber wir boten... Karn-Dum? Die alte Festung des Hexenkönigs von Angmar? Ja, wir werden nach Karn-Dum! Jawohl! Und deshalb müssen wir nach Karn-Dum! Eine solche Reise wird lang und beschwerlich! Und der Verlust der Adler bedeutet, dass ihr zu Fuß gehen müsst! So sei es also! Es ist längst überfällig, dass ihr bezahlt! Agandar muss sterben! Ich kann auf keine Krieger verzichten, um sie mit euch zu schicken! Die Kräfte von Nordinbad sind so gut wie verbraucht! Doch es wäre mir eine Freude, wenn ihr dies hier nehmt! Es sind Erbstücke meines Hauses! Die beste Arbeit meines Volkes! Seit Generationen weitergegeben! Es ist schwer, sich von ihnen zu trennen, aber euer Kampf ist unser Kampf und deshalb gebe ich sie euch gern! Nehmt, was ihr wünscht und mögen sie euch helfen, die Gefallenen zu rächen! Naja, super! Nett, nett! Was machen wir denn hier wieder? Ach, ein Level Up! Man kann hier genug Schaden haben, da oben! Das zweite Mal durchspielen wird so viel einfacher! Ähm, was haben wir denn hier? Ach, wieder benutzen! Ne, Informationen! Ein Schild! Ein sehr solides Schild! Level 18, wir sind schon 21 oder 22! Ja, ne! Das Schild ist nicht so sinnvoll für uns! Mehr Informationen! Ja! Hm! Hm! Dann nehmen wir die Rüstung! Der Knüppel ist aber stärker als mein Schwert! Um 100 einfach! Unerbittlichen! Dadurch haben wir nämlich auch die Rüstung! Haben wir... Oh, warte mal! Haben wir eigentlich hier das... Das Set eigentlich drauf? Ja, ne? Ja, ne? Ja, wo bist du hier? Bündnis! Ja, ne? Dann werden wir hier die Rüstung nutzen! Und hier haben wir nochmal... Und dann gehen wir hier gleich direkt ans Verkaufen! Bist du hier an was Verkaufen? Dann gehen wir direkt verkaufen! Hier ein paar richtig gute Waffen! Damit könnt ihr euch dann auch mal selbst verteidigen! Mal schauen! Ne! Aber was ich jetzt wirklich gern tun würde, ist jetzt kaufen! Gibt es hier nur irgendwie einen geiler Armbrus? Das ist doch mal ein Ding, was ich haben will! Hätte ich mal ein paar Sachen, die meine Ausrüstung auch mal verstärken? Kriegste ja! Was ist das denn für ein Ding? Schaden? Stärke? Geschwindigkeit? Stärke? Ja, das würde sich schon nice an! Kann ich ja fast schon nicht nein sagen bei den Schuhen! Bei der Hose werden wir wieder verkaufen nochmal! Neuverteilung könnte man nochmal nehmen! Könnte ich erstmal davon noch ein paar mit! Das sollte erstmal reichen! Weil ich habe ja auch mal ein bisschen Geld ausgegeben, ne? Bündnis! Für das Bündnis! Gefänglichkeit und zwei Erfahrungsbonus! Da ist das aber stärker! Hier endlich eine neue Armbrust! Die unseren Schaden übersteigt! Da haben wir wohl was unterschätztes mit der Ausdauer! Dann müssen wir auch den Ausdauer auf dem Fall nochmal erhöhen! Bist du hier amass? Boah, dann verkaufe ich erstmal die Schuhe hier wieder! War vielleicht eine dumme Investition, aber ist jetzt auch nicht so schade! Ich werde jetzt aber hier erstmal meine Ausrüstung reparieren! Und dann werde ich anfangen mit den ganzen Leuten zu quatschen! Erstmal immer alles schön reparieren! Und dann geht es weiter ans Verkaufen und dann geht es an Quatschen! Bist du hier, um was zu kaufen? Was war das denn? Jetzt habe ich sehr viel Gold sogar verloren. Oder Silbermünzen. Genau, es sind fast 21.000. Aber ja. Jetzt geht es los mit den Gesprächen im Nordibad. Bist du hier, um was zu kaufen? Raus mit der Sprache. Zeit ist Geld. Überprüfen. Wer treibt mit euch Handel? Bist du nicht... Du bist nicht sehr dankbar? Heißt man etwa so einen entfernten Verwandten willkommen? Ich habe mein Leben für Nordibad riskiert. Warum soll ich einem Fremden auf die Schulter klopfen, wenn mein eigenes Volk stirbt? Wir haben allein gekämpft, wie immer. Was bedeutet dir Nordibad überhaupt? Wir haben unsere... Du magst es mir das zu sagen? Deinem eigenen Verwandten, ganz gleich wie weit entfernt? Bei meinem Bart. Wir haben alles riskiert, um die Zwerge Nordibads vor dem sicheren Tod zu retten. Und das ist der Dank dafür? Und was ist mit den großen Adlern, die für euch gestorben sind? Verspäst du ihr Opfer? Bedeutet dir das überhaupt nichts? Das... Das mit den Adlern wusste ich nicht. Das ist bitter. Sehr, sehr bitter. Verzeih mir, ich habe nur an mich und an die Freunde gedacht, die ich verloren habe. Jetzt wird mir klar, dass auch ihr große Verluste erlitten habt. In diesen Hallen wird man ewiglich Loblieder auf euch singen und nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Beachtet mich gar nicht. Ich bin ein übellauniger Alternar manchmal. Naja, sogar meistens. Also haben wir gerade erfahren, dass die Adler doch gestorben sind. Nö. Wir haben Wilhelmarm in die Taverne gebracht. Du solltest dort sein, wenn er erwacht. Ja, sollte ich. Aber reden wir nochmal mit Buri. Ich stehe bis zum letzten Atemzug zu deinen Diensten. Was kann ich für dich tun? Die Adler haben Teuer bezahlt. Wir leben, aber wir haben schwere Verluste erlitten. Zwei der großen Adler sind in der Schlacht umgekommen. Beleram ist schwer verletzt. Es ist ein schlimmer Tag, wohl wahr. Wir werden für den Adler tun, was wir können. Aber das liegt nicht in meiner Hand. Ich habe selbst viele Freunde und Verwandte verloren. Mein Herz brennt heißer als meine Esse auf Rache. Aber ich werde hier gebraucht. Ich habe vieles zu reparieren und eine Menge Arbeit vor mir, um uns in Kampfbereitschaft zu halten. Wenn du meine Dienste benötigst, musst du nur fragen. Ja, lebe wohl. Ich mache mich lieber auf den Weg. Lebe wohl. Wir werden uns an Agandar rächen. Dafür, dass er unser Adler geklaut hat. Das waren unsere Freunde. Das sieht immer noch schön aus. Dann rennen wir jetzt mal zur Taverne und reden mit Beleram. Oder nimmst du noch Leute mit? Sprech mit dem Zwerg. Ich werde schnell genug wieder auf den Beinen sein. Alles klar. Alle liegen hier alle. Du bist zurück? Unglaublich. Bitte, lasst mich doch. Er war mein Bruder. Du hast Nordinbad gerettet. Ohne Frage. Ja. Wärst du nicht aufgetaucht, wäre Nordinbad jetzt in den Händen dieser dreckigen Orks. Ja, sehe ich auch so. Aber trotzdem, ne. Sie hatten getan, was sie konnten. Trotzdem so viele tot. Schade. Beleram. Kannst du mich hören, mein Freund? Fahrin. Ich bin in gemauerten Wänden und höre keinen Schlachtenlärm. Dann wurde Nordinbad gerettet. Ja. Sie haben sich nach großen Verlusten zurückgezogen. Wie lange bin ich ja schon in diesem Zustand? Nur eine Weile. Versuch nicht, dich zu erheben. Du musst deine Kraft sparen. Wo sind Baranthor? Und Armenel? Sie fielen leider in das Schlacht. Ich wünschte, ich könnte etwas anderes sagen. Aber sie sind in der Schlacht gefallen. Beide waren so tapfer wie ein Krieger nur sein kann. Sie starben als Helden und wir werden ihr Opfer niemals vergessen. Deine Worte sind freundlich. Und ich danke dir dafür. Doch trotzdem sind meine Freunde tot. Und noch schlimmer, sie starben unter meinem Kommando. Das ist eine schwere Bürde. Doch was ist mit Agandar? Wurde er auch in der Schlacht getötet? Oder lebt er noch? Agandar führte den Eingriff nicht an. Er ist wahrscheinlich noch in Kandu. Dann müssen wir dort nach ihm suchen. Armenel und Baranthor müssen gerecht werden. Das ist unser Plan. Du musst rufen. Du tust nichts weiter als zu ruhen. Meine Wunden brauchen Zeit zu heilen. Wir wollen dich nicht auch noch verlieren. Nein. Ich werde bis zum Ende dabei sein. Ich muss meine Freunde rächen. Ach. Ach. Sei nicht albern. Wir werden sie rächen. Überlass das uns, Beleran. Ich habe hier auch Verwandte verloren. Und ich habe nicht vor, Agandar ungestraft davon kommen zu lassen. Ja. Es ist offensichtlich, dass ich euch jetzt nicht begleiten kann. Und wenn ihr zögert, könnten noch andere sterben. Ich möchte dafür nicht verantwortlich sein. Geht mit meinem Segen, Freunde. Ruhe dich aus. Man wird sich hier gut um dich kümmern. Achte du nur darauf zu ruhen. Und sorge dich nicht zu sehr um uns. Wir kommen schon zurecht. Lebe wohl, Beleran. Der arme Beleran. Traurig. Sehr traurig. So, aber bevor wir natürlich zu Kandünen reisen, reisen wir erstmal nach Bruchtal. Man muss ja auch mal auf seinen Reisen mal Umwege machen. Und diese Folge kann ich jetzt auch vergessen mit der Monetarisierung, weil es für Bruchtal eine Melodie gibt, die natürlich geklamt wird. Auch wenn sie nur, ja, traurig. Ich kann es verstehen, das Spiel ist auch übelst geil und auch qualitativ hochwertig gemacht, wenn man mal von ein paar Bugs ausgeht. Solltet ihr Argan da vernichten, würdet ihr Saurons Plan eines Krieges im Norden gewiss das Herzstück herausreißen. Wenn ihr das tut, werdet ihr euch den ewigen Dank der Völker des Nordens sichern. Mögen die Valar euch bei dieser Aufgabe Kraft im Kampf und im Geiste schenken. Danke. Ey, willst du mich verarschen? Solltet ihr Argan, wenn ihr das tut, mögen die Valar. Was ist denn mit der Nebenaufgabe? Ob heute Argan da ist, magische Schrift dran gefunden. Weitere Formationsangaben. Und mit wem soll ich jetzt darüber sprechen, wenn ich mit Elrond... Das ist ja lächerlich. Reden wir hier nochmal. Es ist schön, dich zu sehen. Wir sind eine Trockenbewegung. Oh, kannst mir gratulieren, lieber Verwandter. Ich habe mit einem Drachen gefeilscht und lebe noch, um davon zu erzählen. Genau wie Bilbo, wenn ich das so sagen darf. Wie bitte? Mit einem Drachen verhandeln? Seid ihr wahnsinnig? Nur ein toter Drache ist ein guter Drache. Das müsst ihr mir mal erklären. Ja, ja, jederzeit. Ganz recht und dann lange. Aber dies sind schwere Zeiten mit schweren Aufgaben. Jetzt haben wir eine Chance, Argan da anzugreifen, ohne einen Drachen auf unseren Fersen. Na, dann nutzt es lieber aus. Gebt dem Drachen nicht die Zeit, den Handel zu bereuen und euch zu hintergehen. Uns allen läuft die Zeit davon. Das wissen wir selber. Ähm. Wir haben andere langgelegt. Ich habe mal gute Nachrichten. Meine Freunde und ich suchten in Gunderbad nach Agandar und statt ihm fanden wir eine Gruppe Langbärte. Unsere Verwandten. Was? Langverschollene Verwandte im Grauen Gebirge? Wie kann das sein? Wie sind Sie der Drachenplage entkommen, als alle anderen getötet oder vertrieben wurden? Sie haben einen versteckten Zufluchtsort namens Nordenbad. Es ist großartig. Bei meinem Bad, wenn der ganze Ärger vorbei ist, musst du mir unbedingt den Weg dorthin zeigen. Ich möchte diese entfernten Verwandten kennenlernen und einladen, mit Erebor Handel zu treiben. Das darfst du gerne machen. Sie sind begierig auf Kontakt zum Rest der Welt, besonders zu ihren Verwandten. Aber es ist noch viel zu tun, bis es sicher ist, nach Nordenbad zu reisen. Deshalb fürs Erste, lebe wohl. Jetzt sprechen wir nochmal mit Bilbo. Ich würde jetzt gerne diese Schriftrollen loswerden, aber anscheinend darf ich das nicht tun. Es ist schön, dass du mich wieder aufsuchst, Farin. Mein Vater ist zutiefst besorgt über die Neuigkeiten, die du bringst. Obwohl ich oft in Gedanken bei denen bin, die gen Süden reisen, weiß ich, dass uns die größte Gefahr aus dem Norden droht. Gibt es Neuigkeiten von Frodo? Gut gesagt. Ach, du bist ein helles Köpfchen, Mädchen. Ich meine, ihr seid eine kluge Frau, Prinzessin. Je weniger wir über Frodo reden, desto besser für seine Sicherheit. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Lebt wohl, Prinzessin. Ach, das Spiel wollte mir doch bloß keine Informationen geben. Schauen lieber das Spiel. Ja. Was mache ich jetzt mit dem Schriftrollen? Also ganz ehrlich. Ja. Mal gucken, wo die Bruchstücke sind weg. Das heißt, wir befinden uns jetzt im dritten Teil. Solltet ihr ärgern, wenn ihr das tut, mögen die Wallah. So nervtönt. Hätte Urgos noch nicht aufsuchen dürfen. Ach, da hinten geht es diesmal erst weiter. Aber Bruchteil sieht einfach schön aus. Ja, dann reisen wir jetzt halt nach Karn-Dun. Boom. Aber bevor ich das tue. Never mind. Ich beende jetzt erstmal die Folge hier. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich finde es schade, dass ich die Nebenmissionen jetzt nicht abschließen kann. Und das stört ungemein. Ich hoffe, ich kann sie dann beim zweiten Mal durchspielen. Oder irgendwann mal so zwischendurch abschließen. Ich werde beim nächsten Shop auf jeden Fall versuchen, dass ich dann wieder nach Bruchteil reise. Und dann mit dem Elrond spreche. Vielleicht klappt es dann. Vielleicht aber auch nicht. Wenn es nicht klappt, muss ich dann mal schauen. Beim nächsten Mal durchspielen muss es dann vermutlich klappen. Aber ja. Ich kann auch hoffen. Ich bin etwas müde. Ich kann auch hoffen, die Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr lasst eine Unterstützung da, in denen ihr einfach dieses Video bewertet. Einen Kommentar schreibt. Oder einen Kommentar schreibt. Oder einfach den Kanal abonniert. Aber abonnieren würde immer noch am besten sein. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Es kostet nichts. Unterstützt mich. Und das ist einfach super. Und ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Projekt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal herein. Und bis dahin. Ciao, ciao und haut rein.